Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Unser fünfter Neuzugang des Sommers ist nun auch offiziell geworden heute Morgen. Lino Tempelmann wechselt vom SC Freiburg zu Schalke 04 und verstärkt damit unser zentrales Mittelfeld. Ein Transfer, der durchaus überraschend kommt, denn das Gerücht gab es eigentlich erst seit gestern Nachmittag und nun ist die ganze Geschichte auch schon offiziell und wir reden heute darüber, ob das denn ein guter Transfer für Schalke ist, wie eben auch die Details des Transfers sind, wie viel bezahlt Schalke für Tempelmann und was man eben auch mit ihm im Mittelfeldzentrum so vorhat. All das und mehr hier zur Verpflichtung von Lino Tempelmann. Blicken wir natürlich erstmal auf die Details zum Transfer, denn das ist sicherlich auch erstmal grundsätzlich mit das Interessanteste. Und natürlich hat Schalke wieder offiziell bekannt gegeben, dass über die Modalitäten des Transfers Stillschweigen vereinbart wurde, aber wie man es kennt, haben natürlich die ganzen Medien schon ein bisschen mehr für uns herausgefunden. Und was da auf jeden Fall immer wieder durchgeklungen ist, ist eine Ablöse im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Bild-Zeitung ist da nochmal ein bisschen weitergegangen, spricht hier von 400.000 Euro, ist ja durchaus deckungsgleich mit einer mittleren sechsstelligen Summe. Und das ist auf jeden Fall ein Preis, der schon sehr, sehr gut ist. Denn Tempelmann steht ja beim SC Freiburg unter Vertrag. Marktwert beträgt zwei Millionen Euro. Und es gab ja zumindest mal konkretes Interesse von Heidenheim und Nürnberg. Der VfL Wolfsburg wurde ja mal vor ein paar Wochen so ein bisschen mit Tempelmann in Verbindung gebracht. Wir Schalker sind damit auch die erste Station für Tempelmann außerhalb des Südens, denn bislang hat er für Bayerns und Unterhachings Jugend gespielt, genauso wie für 1860s Jugend, eben für den SC Freiburg und in den vergangenen zwei Jahren für den ersten FC Nürnberg. Bei uns auf Schalke bekommt er einen Vertrag bis 2026. Tempelmann ist schon auch durchaus ein typischer Achter, ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler und verstärkt somit unser Mittelfeldzentrum. Ansonsten gibt es natürlich auch immer wieder interessante Aussagen zum Deal, eben natürlich auch über den 24-Jährigen, der eben jetzt da ist und unser Sportdirektor André Hechelmann ist vor allem zufrieden, dass auch Tempelmann selber jetzt schon in Österreich ist im Trainingslager, um eben dann auch direkt die Mannschaft kennenzulernen, um eben auch wirklich schnell ins Team integriert zu werden und vor allem auch die sportlichen Gründe für die Verpflichtung, hat Hechelmann nochmal erklärt. Lino erfüllt mit seinem Profil die zentralen Faktoren, die wir uns bei einem Achter wünschen, insbesondere im spielerischen Bereich. Er hat in den vergangenen beiden Jahren über 60 Partien für Nürnberg bestritten, war am Ende der abgelaufenen Saison sogar Kapitän. Wir konnten also einen wirklich spannenden Spieler, trotz Konkurrenz aus der Bundesliga für Schalke 04 gewinnen. Und Thomas Reis, der ist natürlich sehr, sehr froh, eine weitere Option im Zentralmittelfeld zu haben. Ich habe einige Spiele von Lino in Erinnerung, unter anderem das Testspiel im Wintertrainingslager in Belek. Lino bringt ein sehr gutes athletisches Profil mit, ist dabei technisch stark und ballsicher in engen Räumen. Dazu verfügt aber ein gutes Gespür im Umschaltverhalten, was für unser Spiel sehr wichtig sein wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Und gefreut hat sich auch Lino Tempelmann, nun endlich Schalker zu sein. Ich habe mich voller Überzeugung für Schalke 04 entschieden. Bereits nach den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen war mir klar, dass ich den Weg, den sie mir aufgezeigt haben, mitgehen will. Ich bin froh, dass es nun endlich losgeht und kann es kaum erwarten, mein erstes Spiel für den Verein zu bestreiten. Und damit auch nochmal von dieser Stelle herzlich willkommen und Glück auf Lino Tempelmann auf Schalke. Und was sich ja dann viele Fans so ein bisschen fragen, ist das denn ein guter Transfer für Schalke? Passt Lino Tempelmann zum S04? Und meine Antwort ist da auf jeden Fall klar, ja. Ich persönlich bin durchaus überrascht davon, dass einige S04-Fans diesen Transfer zumindest mal in den sozialen Medien kritisch sehen. Hätte mir einer vor ein paar Wochen gesagt, Schalke bekommt Schallenberg, Seguin und Tempelmann für das zentrale Mittelfeld, hätte ich das nicht geglaubt, weil das schon wirklich drei richtig, richtig gute Neuzugänge sind für die Position des Achters und Sechsers. Natürlich schwingt bei vielen die Salazar-Geschichte mit. Rodrigo Salazar wird ja zum SC Braga wechseln. Und viele verstehen eben dann nicht, warum man Lino Tempelmann verpflichtet. Denn natürlich ist das kein Ersatz für Rodrigo Salazar, sondern eine weitere Option für die Sechser- und Achterposition. Denn auf der Zehn möchte man hinter Dominik Drexler, auch Assan Urdraogo, das Vertrauen geben. Und dann wollen wir jetzt mal auch einem Top-Talent Chancen geben. Dann wird schon wieder auch gemosert. Also ich verstehe nicht genau, in welche Richtung manche Schalke-Fans aktuell unterwegs sind. Lino Tempelmann zu Schalke 04 zu holen und neben Seguin und Schalmberg für die Sechser-Achterposition zu haben, ist ein richtig, richtig guter Deal. Und das vor allem für diesen überschaubaren Preis. Also für dieses Geld einen solchen schon erfahrenen Zweitligaspieler zu holen, der trotzdem das Potenzial mitbringt, sie auch zu einem Bundesligaspieler zu entwickeln, das ist schon richtig interessant. Und für mich bringt Tempelmann auch genau die Fähigkeiten mit, die Schalke braucht. Oder anders gesagt, die auch sehr, sehr gut zum Spielstil von Thomas Reis passen. Denn Tempelmann ist wie angerissen ein wirklich typischer Box-to-Box-Mittelfeldspieler, der eben auch in Freiburg und so fort bei den Bayern eine gute Ausbildung genossen hat. Und vor allem auch aggressiv zu Werke geht, da auf jeden Fall auch giftig in den Zweikämpfen agiert, aber eben auch am Ball wirklich stark ist. Und ansonsten ist er eben auch ein Spieler, der auch technische Qualität mitbringt, ein gutes Tempo hat und sowohl eben nach vorne als auch nach hinten sehr, sehr viel arbeitet. Und wenn man sich da mal so ein bisschen auch die Statistiken zu ihm anschaut, Passquote, Zweikampfquote und natürlich auch die Fähigkeiten im Spiel nach vorne, ist das schon wirklich ein Spieler, der sehr, sehr gut zu uns passt. Und vor allem für diesen Preis von circa 400.000 Euro ist das für mich auf jeden Fall ein absoluter No-Brainer. Und da kannst du gar nichts falsch machen. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir Lino Tempelmann für unser zentrales Mittelfeld gewinnen konnten. Und jetzt wirklich dort mit Schallenberg, Seguin und ihm drei richtig, richtig gute Optionen für die zweite Liga haben. Für die Zehnerposition haben wir eben dann Drexler, Uwe Draogo, vielleicht ein Kenan Karaman, vielleicht ein Blende Idrissi. Dahinter eben dann diese drei Leute plus Stand jetzt zumindest Flick, Lerzer, Tauer, wovon aber sicherlich auch noch Minimum einer gehen wird von Flick und Tauer. Und da hat man schon jetzt richtig gute Arbeit gemacht. Und natürlich bleibt es dabei, dass Schalke auch weitere Spieler verpflichten wird. Thema Innenverteidigung ist natürlich extrem groß, diese Thematik. Wird vielleicht aber auch jetzt ein bisschen einfacher, weil man eben das Salazar-Geld hat, was man da wirklich gut reinvestieren kann. Und weil man eben dann auch einen zentralen Mittelfeldspieler als weitere Optionen für einen relativ überschaubaren Preis bekommt. Komma, also ein bisschen Andre Hechelmann jetzt wieder Vertrauen schenken. Nach den ersten vier Deals war das Vertrauen da. Die letzten zwei Wochen dann wieder nicht, weil nichts passiert ist. Natürlich wünscht sich jeder, dass unser Team zum 1. Juli hätte stehen können. Und natürlich hängen sich viele an Aussagen auf, dass er zum Trainingslager, unser Grundteam, schon mal stehen sollte. Das war ja zu dem Zeitpunkt auch teilweise so. Zumindest hatten wir eine erste Elf, mit der du gegen Hamburg hättest spielen können. Ob das dann perfekt ist oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Jetzt kommt sicherlich nochmal Bewegung rein, durch den anstehenden Verkauf durch Rodrigo Salazar. Und mit der Verpflichtung von Lino Tempelmann hat man sehr, sehr viel richtig gemacht. Noch einmal, für diesen Preis einen 24-jährigen Mittelfeldspieler zu holen, der die 2. Liga kennt, plus weiteres Potenzial mitbringt, bei Nürnberg sogar auch schon teilweise Kapitän war. Das ist einfach ein super Deal, meiner Meinung nach aus Schalker Sicht. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu diesem Transfer in die Kommentare schreiben, der vor ein paar Minuten offiziell gemacht wurde. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Heute Mittag gibt es natürlich auch noch die Daily News rund um Schalke. Vielleicht ja auch dann schon mit einem fixen Update zu Rodrigo Salazar. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder.